Wie heißt das, äh, wie heißt das, Bankkuchen? Nee, Akkume. Akkume, okay. Herzlich willkommen bei der ersten Folge, Kochfolge bei Melting Pot. Wir kochen heute Togolesisch. Ja. Mit unserem Gast Erik. Ja, mein Name ist Erik Dela Di Komalisakpa. Ich komme aus Togo, aus Lome. Ich studiere in Bochum Medienwissenschaft und Romanistik. Und heute kochen wir Akkume und Boma Desi. Das ist ein typisches Essen aus Lome. Und ja, ich freue mich. Und bevor wir anfangen, habe ich was mitgebracht. Geil. Ein Spiel aus Lome, aus Togo, genau. Das heißt Arito. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es will. Der Gewinner kriegt das, ne? Schön selbst nachkochen. Und vielleicht gewinnt einer von euch das Spiel. Und was brauchen wir dafür? Tomaten, Zwiebel, Aubergine, kleine Auberginine. Pepperonis. Genau. Chili Chili. Okay. Immer dabei. Und Knoblauch. Genau. Das brauchen wir für unsere Soße. Für die Soße. Genau. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Banku. Das ist so ein Art, naja, von genau das. Ja, ich würde gerne diese aus Togo kochen, aber leider habe ich es nicht hier gefunden. Man muss mit dem arbeiten, was man bekommt. Genau. Aber das passt auch eigentlich. Okay. Akkumel, Erik. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist Cassava und Mais. Ja, Cassava und Mais. Cassava ist ja so eine riesen Kartoffel, ne? Ja, so eine Wurzel, ganz riesig. Das heißt Cassava. Man findet das in Westafrika und Zentrum von Afrika, glaube ich. Und das ist eine Mischung von Cassava und Mais. Mais kennt ihr wahrscheinlich. Und ja. Ja, sollte man kennen. Ja, genau. Und ja. Und daraus hat man so ein Pulver. Im Prinzip, wenn ihr das selbst nachkaufen wollt, das könnt ihr in jedem brutgeführten westafrikanischen Shop kaufen. Und die gibt es auch in jedem Großstadt, ob in Hamburg, in Berlin, in Bochum, Dortmund. Da findet ihr westafrikanische Shops und dann fragt ihr einfach nach Banquo. Weil Banquo ist im Prinzip die Version aus Ghana. Aber das Essen an sich wird ja ganz Westafrika gegessen mit verschiedenen Namen. Aber letztendlich findet man das immer auf jedem Menü dort. Ich folge. So anfangen? Genau, lass uns anfangen. Erik, Schritt 1. Ja, Schritt 1. Gemüse klein schneiden. Und im Saft werfen. Okay. Und ja, so 10-15 Minuten warten. So mit Wasser. Mit Wasser, bisschen Wasser, ganz bisschen Wasser. Ah, okay. Und ein bisschen Oil auch, aber Palm Oil. Und genau das hier. Und einfach warten. 10 Minuten, 10-15 Minuten und Fleisch. Okay, genau. Das war jetzt die Soße. Genau. Und das Akumé. Sehr gut. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Sehr gut. Das wird jetzt wie gekocht? Mit Wasser auch, gekochtes Wasser. Und wenn das Wasser schon ganz gekocht ist, dann kommen wir einfach rein. Also so wie man Kartoffelpüree aufmacht. Genau. Aber mit ein bisschen mehr Kraft. Weil es zäh wird. Genau. Und das dauert auch ein bisschen mehr. So 10-15 Minuten. Damit es wirklich lecker schmeckt. Lecker schmeckt. Okay. Dann ist das Essen schon fertig. Genau. Das war unsere erste Folge. Wir kochen die in Togo mit unserem Gast Erik. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dass du uns das leckwärgig gezeigt hast. Und die Gäste können dein Gastgeschenk, was sie mitgenommen haben, gewinnen. Wenn ihr das Gericht nachkocht und ein Foto davon macht und uns das zuschickt, werden wir einen glücklichen Gewinner auswählen. Und der kriegt das Gastgeschenk. Letztendlich hat es euch auch gut gefallen. Ihr könnt uns auch schreiben und auch vorbeikommen. Feedback ist immer gut. Feedback ist immer gut. Macht mit. Und dann lernt ihr auch alle anderen Leute hier mal kennen. Und die anderen Videos werden natürlich bald hochgeladen. Ihr werdet mehr Informationen unter unserem Kanal finden. Genau. Oder auf unseren Social Media-Linken, die irgendwo hier eingeblendet sind. Ich möchte es euch erzählen. Irgendwo hier. Wir sagen danke und freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Tschüss.